Gürbeck, der Sohn von Fritz Gürbeck, eine Spielelegende bei der Spielverein mit dem Alleynen. Seit den 60ern, wenn nicht sogar 50er Jahren. Die Mama hat auch hier gespielt. Und jetzt der Sohnemann in der Hauptgründe der SA-Klasse beim Alleynen Cup. Valentino Neumann. Das ist von Rönder. Das ist die Christine Barbs. Jetzt fahren wir eine Auffassung. Spielt gerade gegen Sarah Kimmel. Die vier neuen Kurven am Start ist. Aber zurück zu diesem Herrn Mainzer. Das ist von der Stelle. Das ist von der Stelle. Das ist von der Stelle. Was ist das für den Ball? Einmal? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.